Hallo Leute bei Magica 2. Wir sind wieder da. Heute auf jeden Fall mit Folge und BloodyFox 13 und ich würde sagen, wir gehen einfach weiter, oder? Das hast du sehr schön gesagt. Mit Folge und BloodyFox 13. Ja, wir müssen ja gucken, dass wir folgen jetzt übers Wochenende fertig kriegen. Errungenschaftsfortschritt. Wir haben Normalität erreicht. 5 von 9. Okay, wir hätten auch hier die Folge, die letzte Folge wählen können. Das hätten wir natürlich wissen müssen. Ja, das ist super, ne? Herbeirufung, lebender Tote. Da müssen wir nachher am Anfang, nächsten Levels müssen wir gleich mal gucken. Wir hatten letztens schon eine neue Magik. Hop oder Top. Robinsrobe und Robinsrobe Rot. Teleport beim Töten 1 und Fokus Regeneration 2. Das sind aber, glaube ich... Irgendwelche Fähigkeiten, die man so einstellen kann dann. Ich lasse einfach mal alles laufen. Wir gehen einfach auf Fortsetzen, oder wollen wir mal im Hauptmenü gucken, was wir an neuen Roben haben? Nö, wir machen erst mal weiter. Okay, dann machen wir erst mal mit unseren Roben weiter. Aber wir werden am Anfang gucken, was ich... Eben und Tod verwandeln viele Zauberer in Strahlenzauber. Ihr sollt das Gewölbe nie erreichen. Diese hochmoderne Barrikade wurde von unseren besten Leuten gemacht, um auch brisant des Zauber zu widerstehen. Versucht euer Schlimmstes. Okay, wenn die nicht angelaufen kommen, sondern erstmal dort warten, können wir erstmal gucken. Bei 1 haben wir jetzt Pergamentmissbrauch, nur Teleport und Stoß. Bei 2 haben wir nur Eile. Bei 3 haben wir jetzt Wächter. Schützt und stärkt Truppenmitglieder in der Nähe. Und was haben wir bei 4? Herbeirufung, lebender Tote. Ruft kurzlebige, zuvor lebendige, dann Tote, jetzt untote Leute herbei. Oh, das will ich mal ausprobieren. Oh, das ist ja cool. Du hast den... Achso, du hast den Zauber auf der 3. Okay, warte mal. Die 4. Okay, das hat mich mit erledigt. Okay, vielleicht hätten wir wirklich erst den Zauberer erledigen sollen. Das war die falsche Richtung. Diese kurzlebigen Toten sind extrem kurzlebig, finde ich. Sehr schön, danke. Wartrag, bist du noch da? Bin noch da. Okay. Okay, wir haben noch einen. Moment, ich habe ihn... Das nenne ich mal angeschnitten. Warte mal, können wir die Dinger hier kaputt machen? Ja. Das ist cool. Ja, aber vielleicht sollte einer von uns noch Leben reinhauen. Willst du leben oder soll ich leben? Auf die 4 wiederhauen. Eigentlich du, weil ich sterbe öfter. Ja, ich denke, ich bin die in der 4 wieder. Eigentlich bringen dir 3 und 4 viel und ich kann dann halt Tote beschwören und ja, die Hörlandkrisen. Auf 1 mache ich mal wieder Pergamentenmissbrauch, was lustig ist. Es ist gut, dass du das bei 4 habt. Ah, schön. Ah, ich liebe es. Das musste einfach sein. Ich hau es ja mal wieder weg. Der Not-Teleport ist eigentlich auch nicht gut, aber... Naja. Eile, wir haben noch keinen Zweit-Zauber, keinen neuen. So, wollen wir einfach mal wieder... Ich hau Tod dahinter und du brauchst Leben irgendwie dahin. Du hast nicht überlebt. Du hast einen Spiegel klickt. Einfach irgendwo, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr noch was kommt. Gleich bestimmt. Es kommt ja immer was in die... Ah, warte mal. Halt, bleib, 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 bleib. So, hier runterkommen. Genau, hast du es gesehen? Ha, ha. Hallo. Wie? Wo kommen denn die schon wieder her? Nein, ich bin nicht tot. Ich lasse andere für mich sterben. Oh, jetzt bin ich tot. Danke. Das ist doch ein Timo. Na, das war ganz schön knapp für dich eigentlich, ne? Das ist echt praktisch, das Ding. Ja, und der zaubert, wenn ich da in der Reihenfolge, in der Range noch sterbe, werde ich halt wiederbelebt. Ja. Ich liebe es gut. Das krieg ich nicht zu gut. Okay, da gibt es also wirklich welche, verdammt. Achso, du bist tot. Ist das nicht mein Job? Ja. kann leider meine untoten nicht heilen oder doch ich kann sie heilen allerdings schwächt sie gerade dein zauber ok so oder so leben ja aber ich kann sie auch noch so ein bisschen das ist ziemlich cool hat das mich gerade leben gekostet mich kostet es kein leben ich habe ich glaube ich feiere das total ach dieses spiel ist schon ich glaube wir haben einfach ziemlich viel von dort schon getriggert dafür wir machen erst mal genau zum richtigen zeitpunkt tot leben ach so das geht auch irgendwas hat mich gar unter geschossen sehr schön wenn ich meine leute treffe sterben die gegner wenn ich seine wenn ich die gegner treffe sterben sie auch also mit dem macht das spielen echt spaß ok ich stand zu nah dran habe ich gemerkt guck mal ob ich damit jetzt gleich wiederbelebt werde die blumen die dort so halb die blumen die da halb über dem wasser entstanden sind sind etwas komisch aber gut das kannst du nicht ach das orangene fasst scheint anscheinend so tier zu sein hat man selbstogi drop herum axles dot volk vond Uminn sämuchs russi ain't McDonald ab hier Moment. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Verdammt. Okay, dann halt so. Moment, hast du... Du! Ich weiß nicht, ich sterbe zwar sehr oft, aber ich glaube, die Hälfte der Kills geht an dich mindestens. Du kannst nicht mit einer Range von Tod meine Einheiten beleben, wenn ich in der Nähe bin. Ah, cool. Was war das denn? Ich weiß nicht. Oh, noch mehr Flügel. Kleben. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Du feierst den schon so ein bisschen, kann das sein? Oh, ich will da einen Stein drauf schießen. Bewacht das Munitionslager. Ich berichte unseren geliebten Einführern von der Intrusion. Tschüssi. Bewacht das Munitionslager. Sehr schön. Das wollte ich nicht. Aber einer von den Kills haben wir uns wohl. Ähm, was ist das? Ja. Ich glaube, dass ich das nicht weggelebt habe. Genau rechtzeitig. Ok, ich bin mal wieder... sehr schön. Ach so, du hast dich einfach selber wiederbelebt. Ach so, du hast dich einfach selber wiederbelebt. Ja, die leben nicht mehr. Oh, da ist noch Zauber. You shall not live! Verdammt, mein Stein ist nicht weit genug geflogen. Ja, einfach ungefallen ist. Ich hab grad zu überleben. Skelette töten. Niedersense wie die Phasensense vom... Wie heißt da der Boot zur Zerstörung? Oh, ich kann nur unarm! Ich kann nur unarm! Ich komm hier nicht weg! Du bist nass, ich wollte dich grad anzünden. Ja! Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Oh, Junge, Junge, Junge! Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Noch einmal! Oh, schön! Was ist das für ein Vieh? Das haben wir noch nicht gesehen. Und ich hoffe, wir werden es auch nicht sehen. Oder haben wir das schon gesehen? Ich glaube nicht. Mit dem Hammer? Ja, das Vieh hat einen großen Hammer und trägt zwei Köpfe. Und doch, das haben wir schon mal gesehen. Ja, das ist der Kampf. Oh! Aber mir sind die Köpfe gar nicht aufgefallen, die er oben hat. Alter! Dein Ernst! Kämpft! Nein! 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 恐f also weiß! Oh, verdammt. Mal sehen, wer zuerst einspringt, aber unser Geist natürlich. Oder? Ne, doch nicht. Ach, ich lebe. Er stand so schön in den Bomben-Ding, da geh ich mal so kurz erstmal mal ein paar Frauen. Was? Ah, ich hab's nicht geschafft, ich vergang. Wir haben noch unseren Geist. Wir geht euch durch. Was? Oh, ich bin tot. Hau mal einen Stein raus. Oder so. Oh, ich hasse diese Eis-Pfeile von den Zauberern. Ah, die Eis-Pfeile haben mich getroffen. Sehr schön. Oder auch nicht sehr schön. Ich wollte gar nichts riskieren, ich konnte nur nicht abdrücken, weil er irgendwie längst abgedrückt hatte. Okay. Sehr schön. Verdammt. Weil ich ihm sonst keinen Schaden machen kann. Also bei Stein weiß ich nicht, aber ich musste die Steiners aufladen, weißt du. Und ansonsten sind sie gegen Strahlzauber, das sind sie ja schadensresistent, wenn sie eingesporen sind. Oh, das wollte ich nur. Ich wollte wegknocken. Das hast du verdient. Ja, ich hab dich wieder reingegraben. Ich hab dir noch keine Waffen übrig lassen. Oh, ich hab dich nicht mehr. Sagt er und ließ ihn sein mächtiges Gesundheit sein, mächtiges Übungsschweiz... Oh ja, bitte. Moment, Moment, Moment. Da, Feuer. Hast du gerade die Waffe gezogen? Natürlich. Hey, hier gab es ein Verbotsschild für Feuer. Das mussten wir sogar. Ja, natürlich mussten wir das. So. Was denn? Ich wusste gerade wiesen, aber ich hab mich dann noch umentschieden. Du hast dich umentschieden. Warten mal, wollen wir... Nein. Okay. Anscheinend nicht. Beschwört probehalber ein Schild und eine andere Elemente und wirkt den Zauber auf euch. Dann seid ihr in Form eines Wächters vor den entsprechenden Elementen geschützt. Ja, Eis hat es. Das ist übrigens ein schlauer erster Schild und dann das Element zu hauen. Ja, natürlich. Warte mal. Okay. Auch mal eine 3 rein. Oder wollte ich nur reden. Ich kann reden mit dem Mann. Stopp, den wir reden. Na, fertig. Du, dann seid daran erinnert, dass dies neutraler Boden ist. Feindselige Akte sind hier nicht gern gesehen. Okay. Ich würde sagen, mit diesem Satz können wir die Folge super beenden. Mal keine Feindseligkeiten. Wir werden hier wahrscheinlich trotzdem irgendjemand töten müssen, alleine, um alle Gegner auf uns aufmerksam zu machen. Die Allianz dient dem höheren Zweck. Klang gerade sehr gut. Dem höheren Zweck. Okay. Bis zum nächsten Mal mit Magica 2. Ciao. Tschüss.